All das bekommen wir bloß an einem Ort. In der Winkelgasse. Schön. Los geht's, Harry. Du machst den Anfang. Harry war noch nie mit Flohpulver unterwegs, Mom. Flohpulver? Dann mach du den Anfang, damit Harry sieht, wie's geht. Ja. Rein mit dir. So, hier. Winkelgasse! Hast du gesehen? Es ist wirklich leicht. Du musst dich nicht fürchten. Komm schon. Komm schon. Rein mit dir. Zieh den Kopf ein. Sehr schön. Hier ist dein Flohpulver. Sehr schön. Das machst du gut. Und vergiss nicht, du musst sehr deutlich sprechen. Winkelgasse! Was hat er gesagt? Er hat genuschelt. Ja, und wie... actually, es ist der Hannswisch. Was hat er persönlich macht. Wo hat er... das geht. Vielen Dank.